Herzlich Willkommen, sehr verehrte Publikum, alle! Vielen Dank Mike, mein Name ist Nils und ich bin in die nächsten 20 Minuten Ihr Moderator. Wir werden Ihnen jetzt etwas zeigen, was Sie so mit Sicherheit noch nie gesehen haben. Denn unsere Darsteller, die allesamt professionell ausgebildete Rollstuhlfahrer, sind beinahe so ausübelitt wie die, die wir eben hier gerade schon im Kostüm über das Deck skaten haben sehen. Und diese Darsteller werden jetzt gleich hier auf unserer Sala-Bühne, in unserer Arena möchte ich eigentlich sagen, einen Wettstreit austragen, in dem es darum geht, um auszufinden, wer die Besten der Besten sind. Damit das Ganze auch fair abläuft und definitiv ihre Sicherheit garantieren können, haben wir hier einmal zu meiner Linken Gordon und Karl und damals meiner Rechte Jeffrey. Das sind unsere Punktrichter. Einen Applaus für unsere Offenshow. Damit auch schon genug der Waffe, ich erkläre hiermit die allerersten Starlight Games für eröffnen. Begrüßt mit mir unser Team Nummer eins in schwarz angeführt von Etienne, Etienne & The Kingpins. Wohooo! Wohoooo! Wohooooo! Wohooooo! Wohooo! Wohooo! Team Nummer 2 in gefährlichem Rot, angeführt von Manuel Manny and the Rolling Zs. Eingeführt von einzigartigen Guido, ganz in Geld wie Hornissen, kommen sie an. Guido and the Flying Pop-Out! Das sind unsere Gladiatoren für unsere Starlight Games und wir kommen direkt zum ersten Spiel und für unser erstes Spiel werden wir auch direkt zwei Freiwillige benötigen und Gordon ist gerade schon direkt auf dem Wege, sich diese mutigen Teilnehmer aus dem Zuschauerring zu holen. Insgesamt haben wir drei Disziplinen, in jeder Disziplin können wir bis zu drei Punkte erreichen für den, der sich erst platziert, für den zweiten gibt es noch zwei Punkte, für den dritten noch einen Punkt. Unser allererstes Spiel wird der Cross Jump sein und wenn Sie sich fragen, warum sich da unten Mark und Jeffrey so gemütlich auf den Boden legen, dann ist es keineswegs einfach nur so, weil Sie es gemütlich machen wollen, denn Sie werden hier unser Hindernis demonstrieren. Beim Cross Jump geht es ganz simpel darum, wer springt am weitesten. Demonstrieren wird das einmal für uns einer unserer Officials. Carl, are you ready? Okay, das ist Carl, der Unerschrockene. Einen Applaus für Carl, bitte! Ich glaube, Gordon hat da auch schon unsere Freiwilligen gefunden. Hallo! Na, sind die drauf? Sag euch nochmal ganz kurz deinen Namen, wie heißt du? Niklas, wie altest du? Niklas, zehn Jahre alt? Ich kenn dich schon, na klar kenn ich dich schon! Hey, alles klar, mein Lieber! Cool! Und du bist? Emily, hallo Emily, freut mich sehr. Wie altest du? Zehn! Ihr seid abdrückend Starlikes, habt ihr schon ein paar mal gesehen? Ja, wie oft so ungefähr? Achtmal schon, darfst du noch recht mal tauschen! Dankeschön! So, was brauchen wir hier so? Seid ihr bereit, ne? Macht sich ganz gemütlich zwischen den hübschen Damen hier. Perfekt! So, ich glaube, dann sind wir auch schon fertig. Gordon, sind wir fertig? Gordon, sind wir fertig? Alles klar, dann können wir eigentlich jetzt, können wir direkt anfangen. Und wir starten immer mit dem schwarzen Team für Eddie and the Kingpins. Hier sind Drake und Graham! Oh, das sah fantastisch weit aus! Karl hat jetzt diese Weite einmal mit dem schwarzen Fähnchen markiert. Es geht natürlich darum, diese Weite noch zu schlagen. Und da geht auch direkt für Maddie and the Rolling Seas, geht an den Start, Dale und Luke! Oh! Im Themenmarkt gelandet. Ich weiß nicht, was da gewertet wird. Denn definitiv muss der Cross Jump eigentlich in einer perfekten Landung ausgeführt werden. Ich glaube, Jeffrey hat das definitiv gewertet. In dem Moment ist rot momentan im Fürth gegangen. Alles, everything safe, Luke? Everything alright? Okay, dann haben wir jetzt unser letztes Team. Für Guido, End of the Lion, come on, Scambia. Leo und Dan! Come on, Leo! Oh, das war verbirgt, dass das Ball ist. Sehr, sehr, sehr knapp aufgetragen. Oh, ich glaube, wir haben natürlich noch die Pistone. Das sieht jetzt nicht deutlich aus. Ja. Also, wir haben im Moment für das Team in Schwarz, für Etty and the Champions haben wir einen Punkt. Für Guido, End of the Flying Poppers zwei Punkte. Und das Rotteam, Manny and the Rolling Sees. Drei Punkte in Führung. Aber das ist doch nicht alles. Wir werden das Ganze jetzt noch einmal erschweren. Denn unsere drei Tracks Jungs, die Teamleader auf den Inline Skates, haben nochmal die Möglichkeit, einen Bonuspunkt für ihr Team einzuhalten. Dafür werden wir allerdings den Abstand nochmal deutlich erhöhen, den wir zu überspringen haben. Also, wir werden den Luke mit Luke. Do wir brauchen mehr Leute auf dem Film? Stay mit dem Luke. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Luke. Okay. Sind unsere Tracks Jungs bereit? Guido. Willst du dich mit darüber irgendwie auf Startposition begeben? Jetzt kommt dein großer, dein großer Auftritt. Startet bitte mit Etienne, Manuel und dann Guido. Etienne. Come on Etienne. Und Manuel. Gruf proton. Du bist das nicht hin tahun woolenampoo? Du bist ja nicht hinweg. Du bist MDO nicht. Wie ist das eigentlich nie? Du bist du Kokonest? Du bist 절� трallend。 Okay. Und Dir bed Autob�kont habe ich das. Again. Und damit geht der Bonuspunkt an Etienne Penn. Okay, dann haben wir momentan einen aktuellen Zwischenstand. Unser gelbes Team und unser schwarzes Team befinden sich gleichauf mit zwei Punkten in Führung. Ist Maddie and the Rolling Seas im roten Team mit drei Punkten. Damit kommen wir zu unserer zweiten Disserting. Wir kommen zu Spins. Das will ich immer schon machen. Unser zweites Spiel heißt Spins und es geht darum, dass man möglichst lange Pirouetten auf seinen Rollstuhl drehen kann. Wer dabei aufhört zu drehen oder umfällt, für den wird die Zeit gestoppt. Angefangen wird die Zeit, wenn ich von 8.1 angekommen bin, werdet ihr gleich sehen. Weil wir werden das einmal demonstriert bekommen von Marc und Karl. Guys, are you ready? And five, six, seven, eight. Now one, two, three, four, five, six, seven, eight. Und jetzt wird die Zeit gestoppt werden. Ich bin unser erster Team in Spars. Ach so, wenn ich nur zu nennen. Es wird immer die Zeit bekommen von dem, der am längsten dreht, der sich übergeben muss, das Automatisch desqualifiziert wird. Are you ready guys? And five, six, seven, eight. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Moment, was ist das? Spins, 3 1, 6 5 in den Spins. Unser 2nd Team in Rund, Many and the Rolling Seas. Wenn Sie glauben, das Ganze sieht eigentlich nicht auch speckleisch aus. Ich glaube, niemand von uns als Star Challenge ist ohne blaue Flecken von den Üben dieser Spins dann ausgerichtet. Das kann ich Ihnen nicht sicher sein. You ready? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, we're off the tightest! Wow, das war's klar! 5,0, 0, 10 Sekunden, ganz genau! Und wir, unter der Team im Gästen ist der Rest. You ready? Bist du Hurra? Du hörst mich klar. Die 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 Oh, das ist eine Ausdrücke. Da können wir das machen. 6,19